Lieber Rechtsanwalt Solmecke, Stichwort Reaction-Videos. Wie sieht das da urheberrechtlich aus? Also kann es sein, dass Bushido Roos nochmal richtig bei die Eier bekommt wegen der ganzen Reaction-Videos? Inwiefern darf ich mir eigentlich andere Videos anschauen auf YouTube, darauf reagieren und wenn ich reagiere, wie intensiv muss ich darauf reagieren, damit das Ganze legal ist? Eigentlich voll geil, weil wir kriegen jetzt hier eine Solmecke-Beratung auf lau. Front an Roos. Ja, das hören wir uns jetzt mal an, jetzt hier. Wir hören bei unseren Freunden von Podcast, Jan Böhmermann, Gianni Versace, Böhmermann und Dingens, die haben mich ein bisschen gefrontet. Aber die stellen eine coole Frage, das wiederum beantwortet der Anwalt und das schauen wir uns dann direkt danach an, weil das ist sehr interessant für uns, wegen Reactions. Sind eigentlich alle Reaction-Videos verboten? Das ist eine gute Frage. Wochen bei Fest und Flauschig, es ist Mitte Oktober, aber ihr hört immer noch quasi zwei Podcaster, die sich fühlen, als wären sie Sven Veth und Paul van Dijk auf Ibiza bei einem DJ-Set. Es ist der Sommer so ein bisschen in unseren Schlamotten. Also weiße T-Shirts, immer wirkt immer sommerlich irgendwie. Wir sind zwei alterne Rockstars, die noch nicht gemerkt haben, dass die gute Zeit langsam vorbei ist, aber immer noch den Spirit fahren. Das kann man sagen. Also jedenfalls hier in unserem Podcast. Dazu muss ich aber gleich mal sagen, eine Sache, die ich ja wirklich liebe, wo du es gerade mit den Videos sagst, mit diesen ganzen Videoaufnahmen, diese Reaction-Videos, die du in deiner Sendung immer machst. Das ist somit meine Lieblingsrubrik bei deiner Sendung und ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Reaction-Nummer wirklich überhand genommen hat. Jemand, der glaube ich zur Speerspitze der seriösen YouTuber gehört, fängt jetzt auch damit an und zwar dein guter Freund Gronkh, dem du dich damals anvertraut hast, als die Erdogan-Nummer war, wo du auf so ein Schloss gefahren bist. Erinnerst du dich noch? Wie Gronkh? Man hat nie Reactions gemacht oder was? Also ich kenne mich nicht aus, aber ich kenne Gronkh natürlich seinen Namen. Der ist einer der größten oder längsten dabei. Ich wusste das gar nicht. Ich muss mal ganz kurz erklären. Es gibt ein Online-Format, wo ich quasi auf Videos reagiere und es wird so hergestellt, dass ich erst in dem Moment, wo ich ins Studio reingehe, erfahre, worum es eigentlich geht und da wird im Grunde genommen gelästert. Eigentlich ist es quasi Podcast mit mir selber über Lästermaterial aus irgendwelchen Mediatheken, wo ich dann drüber herziehen muss. Aber selbst Rezo und wie sie alle heißen, der ja auch jemand ist, der wirklich mit politischen Inhalten glänzt und so, macht so, ich finde seinen Kanal, der ist glaube ich Blauer Schlumpf oder so, das finde ich einen ziemlich guten Nachfäng, aber der macht auch so Reaction-Videos, das gehört dazu, damit du relevant bleibst und dann gibt es so Crossover, dann macht Montana Black mit Ruth oder umgekehrt oder so und dann macht der noch ein Reaction-Video auf das Reaction-Video und auf dem Reaction-Video wird noch ein Reaction-Video. Und so kann man unendlich Content, glaube ich, kreieren. Ja, das nennt man die Reaction-Cycle. Ich muss dazu sagen, dass ich am Anfang auch darüber lachen musste, dass wir manchmal auf etwas reagiert haben, wo jemand darauf reagiert hat und wir wiederum schon das dritte Mal darauf reagieren und so bla. Ja, das ist natürlich gerade Bild in Bild in Bild und so ein bisschen albern alles, aber es hat ja natürlich seinen Zweck, es ist ja wie eine Konversation, die immer weitergeführt wird, nur es sieht halt irgendwie blöd aus. Wenn man da irgendwie sowas finden würde, einen Weg, aber es ist ja im Endeffekt, ist das ja wie ein Tweet, du twitterst was und dann postet einer was da drunter und dann antwortst du sieben oder du machst einen Threadle. Also, dieses Reaction-Inception ist ja das. Klar, ich weiß, das hat auch was Bescheuertes auch an sich. Deswegen, ich finde das nicht so schlimm, wie ich das selber auch früher lächerlich fand. Das ist eigentlich genau dasselbe wie eine Konversation weiterführen. Nur, was tatsächlich wahr ist, ist, und deswegen habe ich ja wieder mit der was los jetzt angefangen und machen das jetzt auch mehr und wir werden auch unsere Reaction-Sachen auch das Thema, also das wird sich bei uns auch ändern, ist, dass es halt kaum noch Originals gibt irgendwie. Das ist natürlich auch blöd, weil die Leute, die Originals machen, ziehen dann den Kürzeren irgendwie, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Wenn man einfach nur Reaction-Video macht, das ist eine ziemlich einfache Sache. Die Frage ist, wie sieht das Ganze rechtlich aus? Das interessiert mich natürlich als Hobby-Juristen. Wie ist es eigentlich urheberrechtlich, wenn ich mir einfach so ein Video von Olli Schulz, keine Ahnung, kralle, deine Schulz in the Box ProSieben in der Join-Mediathek und dann gucke ich mir die ganze Sendung an, bin nur ganz klein unten drin, darf ich das denn urheberrechtlich? Also wie ist das geregelt, Urheber? Nein, nein, das ist überhaupt nicht möglich, das ist auch nicht Zitatrecht. Es gibt das Zitatrecht, es gibt sowas wie Fair Use, Fair Use ist aber eher amerikanisch so, das ist glaube ich in Europa gar nicht das Ding. Soweit ich informiert bin, sobald wir auch natürlich mit Anwälten immer wieder zu tun haben, weil wir auch ab und zu ja irgendjemand, irgendwelche Leute auch abmahnen müssen und striken müssen, weil die sich nicht an Regeln halten. Ich würde sagen, mein Tipp, bevor wir gleich gucken, was der Anwalt sagt, ich predikte mal so, von meiner Erfahrung her ist das so, dass die, aber ich bin, ich habe, oh Adam, habe ich irgendwas geskippt? Ich, okay, ich gehe auch nochmal zurück. Ich würde sagen, es ist halt, Zitatrecht ist sehr, sehr schwierig, sehr, sehr fein. Diese Reactions, das ist einfach ein Agreement, ein cooles Agreement, was man untereinander, unausgesprochenes Agreement ist so. Also, also, man macht es unter YouTubern so, aber ich kann das jetzt nicht, ich kann nicht Star Wars reacten, ich kann nicht auf die Mediathek von RTL, ähm, irgendeinen Film reacten, irgendwas. Hey, komm mal kurz rein, warte mal. Was ich sagen wollte ist, das Zitatrecht, äh, wie gesagt, das Reaction Game ist unter YouTubern einfach ein Handshake so, das ist einfach so, also das ist rechtlich schwierig. Deutsch, glaube ich, deutsches Recht ist schwierig, aber wir werden gleich sehen, was der Anwalt sagt, dann lernen wir das auch mal. Ähm, okay. Darf ich das denn urheberrechtlich? Also, wie ist das, wie ist das geregelt urheberrechtlich? Weil im Grunde genommen setzt man sich ja auf Premium-Content obendrauf und kommentiert den so ein bisschen. Ich glaube, da fehlen bislang die Präzedenzfälle, da muss man dieser Rechtsanwalt kommen, dieser Solmecke, der immer, immer wenn ich irgendwie Scheiße baue oder bei mir die Kacke am Dampfen ist, ist das Allerschlimmste immer, wenn Solmecke ein Video macht, wo er erklärt, was das wirklich, was das wirklich zu bedeuten hat. Muss Jan Böhmermann jetzt wirklich ins Gefängnis? Wird er wirklich zu Tode gefoltert? Nee? Ich glaube, also, ich kann mir schon vorstellen, dass der Solmecke sogar solche Themen schon 17 Mal gemacht hat, weil das ist ja so das Grundthema. Ich meine, ich weiß gar nicht, wer das, also, ich wollte gerade sagen, wer das erfunden hat, diese Reactions, aber ehrlich gesagt gab es das ja schon vor Twitch. Da wurde das halt vorproduziert und so und so weiter. Aber wer es jetzt wirklich salonfähig gemacht hat auf Twitch, ich kann mir vorstellen, dass Unge war, Simon Unge, glaube ich, aber keine Ahnung. Ähm, auch da, äh, in Amerika gibt es das auch immer wieder, immer wenn XUC oder so auf jemanden reagiert und er will das nicht, dann gibt es auch immer Talk und so, also, keine Ahnung, äh, ähm, ja, wir schauen mal. Ja, also, ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass der Solmecke sowas schon gemacht haben muss, weil das ist auch Hauptthema gewesen in den letzten Jahren so. Das sieht alles ganz anders aus. Man weiß immer, die Kacke ist am Dampfen, wenn Solmecke ein Video macht. Und da soll der Solmecke mal ganz kurz erklären, hier ein kleiner Arbeitsauftrag. Rechtsanwalt Solmecke, er ist auch in Köln, ich glaube, ich hatte auch schon ein Video. Aber der wartet auch die ganze, der wirkt immer so, als wenn der nur wartet auf Rekord zu drücken und neu. Ich, ich weiß, und das Ding ist, das ist, das ist dieser alte Trick, wenn man Leute, wenn man Leute fertig machen möchte, sie in den Fame hineinstoßen, also, dass sie gar nicht anders können, als sich quasi damit auseinanderzusetzen. Lieber Rechtsanwalt Solmecke, Stichwort Reaction-Videos, wie sieht das da urheberrechtlich aus? Ist das erlaubt, äh, das zu machen? Also, kann es sein, dass Bushido Roos nochmal richtig bei die Eier bekommt, wegen der ganzen Reaction-Videos, dass Bushido von Dubai aus so eine große Abmahn-Kampagne startet? Und schickt da noch Pudding los, Alter, Pudding kriegen. Ich kann das eigentlich schon vorwegnehmen, äh, tatsächlich hat der Bushido das gemacht, ähm, ein paar Sachen mussten runter, sind runter, ein paar Sachen sind begegnen vorgegangen, ich will jetzt nicht genau aufs Detail gehen, aber tatsächlich steht sogar ein Gerichtstermin. Irgendwann im nächsten Jahr, auch da will ich nicht so genau aufs Detail gehen, aber ja, tatsächlich, ja, hat der, kann man so ungefähr so sagen, hat der, ohne jetzt groß Details so anzuschmusen. Ähm. Irgendwann war es ihm dann doch zu viel, glaube ich. Sag auf, Alter, mit allem drin, Schakko, Springmesser und dann geht's zurück nach Versin, der schickt nur noch den Hund dahin. Ich muss leider sagen, im, im Kampf, äh, Rus gegen Bushido bin ich eindeutig auf Russe Seite. Ich weiß nicht, was mir vorgefallen ist, aber ich bin da, ich bin, ich bin, ich bin, Russe, du nicht? Ey, was nicht? Ich hab nicht. Äh, 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 äh. Ich hab nur noch einen Allmann, der auf meiner Seite ist, ich brauch zwei. Ein paar Videos, Rus ist hängen geblieben, mal ganz ehrlich, ganz lieben Grüße, da wird das jetzt auch wahrscheinlich in seinem Video abspielen, weil er auch Content braucht, das läuft nicht mehr gut, der hat sich... Doch, das, doch, das wird immer abgespielt, ich brauch dich. Irgendwann aus seinem journalistischen Hip-Hop-Anliegen, aber nur noch auf diese, er ist ja auch, glaube ich, mit Synan G irgendwie verwandt und was der gemacht hat, darüber will ich jetzt gar nicht hier reden. Also mal ganz ehrlich, dann wird da freigesprochen, dann wird hier wieder mit Flair abgekumpelt. Ganz ehrlich, in Würde, im Hip-Hop alt zu werden, ist eine Kunst, die nur die wenigsten beherrschen. Das meine ich ganz ehrlich, weil ich finde das so unangenehm inzwischen auch nicht mal mehr lustig oder so, wenn sich Manu Ilsen und Bösemann da irgendwie zwei Männer über 40 irgendwie im Ring haben. Ganz ehrlich, Manu Ilsen und Bösemann. Er sagt, der Manu Ilsen. Der ist so assi, Alter. Der, oh Mann, lieber keinen Streit mit Olli anfangen. Schon sage. Und Manu Ilsen, der ja eigentlich zum Beispiel ein wahnsinnig talentierter Künstler ist, aber nur noch aufspringt, wenn einer was gegen ihn sagt, dann Reaction-Videos macht. Da war auch wirklich, da ist schon das gesamte Leben veröffentlicht worden. Da ist schon der letzte Zug abgefahren, wo man sowas wie Privatsphäre vielleicht hat. Und die sind alle nicht gerade im stabilsten Game gerade. Die ganzen Rapper, wenn sie die 40 erreichen, da kommt nochmal entweder eine... Egal, aber ich finde das alles... Ich finde, Roos sollte einfach wieder eine Hip-Hop-Sendung machen, wo er sich mit allmöglichen Themen aussetzt und dann nicht seinen persönlichen Kampf weiterführt. Das ist einfach ein liebgemeinter Tipp und kein Angriff gerade, sondern... Mock, ist das dein Ernst? Mock, das ist nicht dein Ernst, oder? So, der Mock schreibt im Chat, Olli Schulz ist der Stiefsohn von Mike Krüger. Du verarsch mich doch. Ich kenne mich ja mit diesen deutschen Profis nicht aus. Aber ey, also... Ganz ehrlich, damit das hier klar ist, erstmal vielen Dank, dass du an mich denkst. Und ich nehme den Rat auch an. Tatsächlich... Und ich habe den aber schon vorher... Von innen her kam das. Und auch von meinem Team. Tatsächlich haben wir das ja schon angefangen wieder. Tatsächlich. Er hat recht. Das muss man sich da auch eingestehen. Das ist so, er hat recht. Wir sind völlig auf dem falschen Dampfer gewesen. Zwei, drei Monate jetzt richtig auf Film gewesen. Aber ja, das gehört halt auch nochmal dazu. Ich habe jetzt drei Monate oder so den Kanye raushängen lassen. Jetzt war ich in der Entzugklinik und jetzt geht es auch wieder weiter. Alles gut. Man muss auch mal Dings. Ich habe den ja auch mal kennengelernt. Das ist ja ein sehr sympathischer Typ. Ich glaube trotzdem, dass man seine Privatfäden nicht da mit seinem Beruf austauschen sollte, sondern mach mal wieder... Red mal auch über Oldschool-Hip-Hop. Mach mal wieder etwas mit Liebe zum Hip-Hop und nicht darüber, was gerade in einer Gerichtsverhandlung mit Bushido war. Weil irgendwie ist das auch alles durch. Total geil ist, wie Bushidos eigene... Also das muss ich sagen, es ist ja tatsächlich auch wahr, diese Gerichtsverhandlung war das erste Jahr ja auch total spannend. Wir hatten viele News, Neuigkeiten jedes Mal auch. Gerichts zu besuchen war auch spannend und so. Ich muss sagen, die letzten fünf, sechs, sieben, vielleicht lassen es 15 Termine sein, passiert ja gar nichts mehr. Also das stimmt ja auch. Also am Anfang war es ja auch noch spannend. Ich muss nur eine Sache widersprechen. Vielleicht, wie gesagt, der Jan meinte auch, er weiß es nicht und so richtig. Vielleicht wissen die es und haben keinen Bock, darüber zu reden. Aber ich bin ja angegangen worden von Bushido diesmäßig, diesmäßig, dasmäßig. Der hat mich ja beleidigt auf Track und so bla. Deswegen ist es ja, also das ist ja kein private Streit, den ich mit meinem Nachbar habe. Deswegen finde ich es schon okay, dass ich auch auf diese Art und Weise antworte, öffentlich auch. Aber ja. äh, ja. Einmal mit seiner Frau, wo er im Bett liegt. Der F*** Podcast. Der F*** Podcast. Bushido, der F*** Podcast, ja. Das wird nicht gef***. Ich glaube, das ist einfach, damit die körperlich nicht völlig zugrunde gehen, dass ab und zu, wenn die im Bett liegen, auch mal was anderes machen müssen, als rumvögeln. Dass ab und zu beim Mikrofon mitläuft, sicherheitshalber, damit die beiden immer ein bisschen, dass wir die Körper heilen können, wird ab und zu ein Podcast. Genau, damit die Körper von dem, hat er aber noch einen anderen Podcast, wo dieser Typ, der früher die Amazon-Doku über ihn gemacht hat, der jetzt aber im Grunde genommen, ich glaube, bei der Bild-Zeitung angefangen hat und der Podcast ist eigentlich nur noch so, ich habe immer so Videos gesehen, weil wirklich in der Timeline, es wird in letzter Zeit so viel werden mit diese scheiß Podcast-Videos von allen möglichen Leuten, die sich da beim Podcast nehmen. Ich möchte nicht die Videos von den Stimmen noch dazuhören. Egal. Auf jeden Fall hat... Ja, auch da merkt man natürlich, dass die dann doch nicht so ganz im Thema sind, weil das ist nicht ein Typ, der jetzt bei der Bild-Zeitung ist, verstehe ich das richtig? Er sagt, der Typ ist ja... Nein, der war bei der Bild-Zeitung. Der Rosberg natürlich, um ihn geht es, der Schmozberg, der war irgendwie zwölf, dreizehn, keine Ahnung, Jahre bei der Bild-Zeitung und ist jetzt da nicht mehr und macht einen Podcast. Jetzt muss ich aber sagen, was der Jan jetzt sagt, das habe ich ja schon ein paar Mal auch mit meinem Team gesprochen, weil uns ist natürlich auch aufgefallen, euch doch bestimmt auch, durch die ganzen Verticals, bekomme ich so viel von Podcast mit, habe ich noch nie in meinem Leben so viel Podcast mitbekommen, so Werbung und Shorts und ein paar auch natürlich, dadurch habe ich auch natürlich coole Podcasts kennengelernt, zum Beispiel den Habermann oder Uberman, das kannte ich ja vorher gar nicht und so. Ist geil, aber es ist auch schon too much und mit meinem Team haben wir dann natürlich geredet, wie wir selber auch das nutzen können. Deswegen haben wir ja jetzt jemanden neuen bei uns am Start. Seit einem Monat ist er da und ja, wir werden auch Verticals natürlich immer mehr angreifen, weil leider so, ob du willst oder nicht, das ist das Game so, ne. Und da ich nicht so rich bin wie Jan, muss ich natürlich das Game mitspielen. Ich kann nicht so drauf scheißen. Ich kriege noch einen zweiten Podcast, wo dieser Typ, der die Doku über ihn gemacht hat, der jetzt bei der Bild-Zeitung arbeitet, ihm einfach immer nur die Stichwörter reingibt vom aktuellen Beef, den es zur Zeit so gibt im Hip-Hop und Bushido erfährt das in dem Moment zum allerersten Mal, weil er zu viele andere Sachen zu tun hat. Er muss den Bus tanken, er muss irgendwie die Kinder zur Schule fahren. Neue Tricks mit Pudding dressieren. Also mich kritisieren dafür, dass ich immer auf Bushido gehe, aber selber jetzt auch nur noch das, ne, wenn ich euch beide nicht lieben würde, ich würde miese auf Twitch gegen euch schießen. Ich weiß, wird die eh gar nicht jungen, aber die beiden haben es halt da. Und sowas alles, ja. Er hat eigentlich gar keine Kapazitäten von Dubai aus diesem ganzen Beef noch zu folgen, deswegen kriegt er immer nur einmal die Woche oder sowas die Stichwörter von seinem ehemaligen Doku-Filmer auf den Tisch gelegt und muss dann darauf reagieren und sagt halt erst sowas wie, ja, ganz ehrlich, ich möchte da gar nichts mehr zu sagen, aber eins möchte ich mal ganz kurz sagen. Und dann Monolog, zwei Minuten, ne? Ich hau ihn trotzdem weg, da kann er sich trotzdem noch die Hand auf den Rücken binden, hat er gesagt, muss er gar nicht, kann er meinetwegen machen, ich hau ihn trotzdem auf die Fresse. Also er muss sich da einfach... Das ist wirklich auch, dass die Menschheit... Es ist aber tatsächlich so, muss ich sagen, ich empfinde den Schmoseberg auch nur als Stichwortgeber. Und ich glaube, das meint Jan auch indirekt damit, ich glaube natürlich, dass Bushido überhaupt nichts zu tun hat und die ganze Zeit diese ganze Scheiße viel mehr verfolgt als jeder 24 Monate Subber bei mir. Ja, die haben natürlich auch ihre Guilty Pleasures. Da muss ich natürlich auch sagen, bei mir zugegebenermaßen, es hat angefangen mit, ich verteidige mich gegen Bushido und das war das erste Jahr wirklich Verteidigungshaltung und alles. Aber natürlich dreht sich das auch in einer Guilty Pleasure. Also irgendwann hat es ja auch Spaß gemacht, auch alleine schon diese ganze Gerichtssache zu verfolgen und mir das anzugucken, ist ja auch Guilty Pleasure, so ist ja auch klar. Wie der Gewalt als legitimes Mittel findet, wenn man in einer Auseinandersetzung ist und sich gegenseitig so eine Drohung und so eine Sache hat, es ist alles so bescheuert. Und vor allem wirklich, das ist halt das Problem beim Hip-Hop, das ist ja eine Jugendkultur und natürlich kannst du auch im Alter damit weitermachen, wenn du es cool machst. Ich glaube, cool Savas ist relativ entspannt so. Das ist jemand, der so mit dem Alter und mit dem Hip, der wirkt auf mich jedenfalls so. Ah, der sieht mega, der sieht mega gestattet aus. Und wenn Sido ein bisschen stabileren, keine Ahnung, wäre er glaube ich auch jemand, der damit alt werden kann. Aber ganz viele hängen jetzt in irgendwelchen YouTube-Channels, wünschen sich die Pest an den Hals, bei keinem läuft es mir so richtig gut und das Ganze ist nur noch, Achtung Leute, hier ist wieder Beef und dieser Typ mit der Maske, den ich übrigens schon gehört habe, als er wirklich noch keine 50 Follower hatte durch Zufall, dieser Rap-Mann, wie heißt der? Mr. Rap? Mr. Rap oder so. Crow. Nee, Mr. Rap. Crow. Der nur noch davon lebt, dass er, der macht das natürlich auch witzig und so, aber nur noch, oh, und jetzt hat der wieder nachgelegt und PA Sports mit einem Statement, PA Sports mit einem Statement zum Manu Ilsen-Geschichten, wo auf Manu Ilsen eskaliert ist in einem neuen Livestream und Arafat zugeschaltet hat, der wiederum mit Bello oder Bessu geredet hat, der, ich kann nicht das, ey, ohne Scheiß, wenn man sich das so anhört, ich würde sagen, die beiden, also Jan und Olli sind jetzt nicht ganz so fremd, aber ich würde schon sagen, nicht ganz in der Bubble, wenn man sich das so anhört, wie andere darüber reden und deren Sicht, dann ist es schon, ja, dann denkt man sich auch so, ach Mann, Alter, so sehen wir aus wie die Leute, wie Opsens. Ja, ist wahrscheinlich so. irgendwie gerade Probleme hat, weil er letztes Mal mit Yasser irgendwie nicht genug Geld eingenommen hat in dem TikTok-Channel und so ist es eine Spirale der völligen Dünn, also des Dummsins geführt von Männern über 40 Jahre alt, Alter, wirklich, das ist doch unglaublich. Aber Yasser hat gesagt, wir entwickeln uns zurück. Yasser würde sich die rechte Hand auf den Rücken binden und trotzdem Bushido noch lang machen und das hat Bushido brandheiß erfahren von seinem Podcast-Partner der viel dicker im Gossip drin ist, der im Grunde genommen so ein erweiterter Redakteur ist. Kein Bushido, um überhaupt up-to-date zu sein mit dem Hip-Hop-Gossip, braucht er inzwischen einen eigenen Redakteur, der ihn brieft. Bushido, folgende Situation ist zur Zeit zwischen Manuilsen und Yasser und Sinan G. Wobei ich sagen will, ja, das zieht er sich natürlich alles selbst rein, der muss nicht sehr klar. Und vor allem, man kriegt das ja wirklich nur noch so am Rande mit, ab und zu will, bei YouTube so, und ich mag hier, wie gesagt, und dann gucke ich mir das an und denke so, oh, nicht schon wieder hier Bushido. Allerdings reden wir beide und das muss man auch sagen, auch schon wieder über Bushido. Und da muss man ja sagen, hat Bushido das echt geschafft. Er ist wieder in aller Munde und ich muss ihm auch ein bisschen gratulieren, dass er das wirklich... Bushido, du hast es geschafft, die Leute reden wieder von dir. ...die es geschafft hat, vom Underground-Hip-Hop-Streetboy zum RTL-Star zu werden. Das ist auch wirklich eine Gratwanderung, die nicht jeder hinbekommt. Und es ist cooler, ich finde es cooler, als es irgendwie Thomas D., Andi Y. und Michi Beck und Smudo, da für all die an der Kasse stehen oder irgendwelche Clips machen, ist ja auch kompletter Mainstream. Ja, aber die haben die Mütter beleidigt, haben sich doch immer relativ respektiert, haben nie gegen Schwule gewettert oder ähnliche Sachen gemacht. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, die Fanta 4, die ersten drei Platten, Jan, kannst du sagen, was du willst, auch wenn man sich darüber lustig macht. Aber als ich zum ersten Mal, jetzt geht's ab, die rote Platte im Urlaub gehört habe, auf Mallorca, 1991 von so einem Typen, der zu mir kam, habe ich den ganzen Urlaub nichts anderes gehört. Das war für mich, und da können wir noch sagen, ja, das ist nicht Street und so, was die gemacht haben, die Fanta 4, das waren die ersten, die geilen deutschen Hip-Hop gemacht haben. Ob man das jetzt noch geil findet, ist egal. Damals mit 17, 18 war das das Größte für mich. Und Smudo war mein Lieblingsrapper. Und ich habe immer auf die Songs von Smudo gewartet, auf jedem Album. Liz Mu oder Ich bin der Typ, den ich viel übe, weil ich bin Kühlsecken. Ah, ja, okay, Ja, ha, Liz Mu. Zu früh doch, bin der Smudo. Ich sagte, ich mache Sprechgesang, ich sage es so. Weißt du, ich kann das auch. Oh, ja, das ist schön. Olli, du bist schön. Das ist, das habe ich mir schon gedacht. Aber gut, ist auch nochmal eine Altersklasse und da war halt das cool. Ja. Alles noch. Und deswegen fällt es mir auch immer schwer, Michi Beck auch mal kennengelernt im Urlaub. Wirklich, ganz ehrlich, im Nachhinein haben die ihren Shit Together gehalten. Egal, ob die jetzt dieses Denglisch immer, dieses Shit Together. Aber, ähm, ja, das muss man denen schon lassen. Die haben jetzt auch für 20 Millionen oder so eine App verkauft in die Bundesregierung. Da haben die auch nochmal miese Business gemacht. Ich meine, natürlich 1, 2, ich sehe ich gerade im Chat schon wesentlich cooler. Dendemann, muss ich sagen, seine Zeit so krass voraus. Du könntest dir heute noch alte Dendemann-Sachen angucken, anhören und du würdest immer noch sagen, wow, was für ein Wordplay und was wieder rappt. Immer noch. Ich persönlich sage das jetzt nicht, um cool zu sein. Ich fand Fanta 4 immer schon, ich will jetzt nicht sagen cringe, aber ich habe es ja nicht gehört. Das war einfach nicht mein Ding. Zu der Zeit habe ich ganz andere Sachen auch gehört. War einfach nicht mein Ding. Ich fand es direkt von Anfang an abstoßend, weil es zu, weil es einfach so Mainstream war. Ich glaube, das war unser Ding damals. Wenn etwas zu viel im Fernsehen und das hast du nicht gehört. Ich habe Bodycount gehört oder sowas. Ähm, das kannte keiner und das fand ich cool. Das fanden wir cool. Auf dem Pausenhof kannte nur ich, zwei Leute das so. Mein bester Freund damals aus der Schule, Michael, und das war unser Ding so. Michael, das war das Ding. Und da war sie mich ja da. All die sind noch nicht, die haben sich nie darüber profiliert, dass sie Menschen angegriffen haben oder ähnliches und wenn sie mal drüber geschlagen haben, dann war das äußerst offensichtlich. Und auch auf den letzten Platten war immer nochmal ein geiler Song drauf. Ich muss jetzt mal ganz kurz die Fahne für die Fanta 4 hochhalten, weil die natürlich vielleicht aus der Zeit gefallen sind, aber drei gute Typen. Aus der Zeit sind sie nicht gefallen. Die Zeit hat sich einfach weiter bewegt. Ja, die Zeit hat sich weiterentwickelt. Es ist das gleiche wie mit Fettes Brot, die jetzt für sich erkannt haben aufzuhören und vielleicht ist es auch richtig so. Die hatten auch unschlagbare Hits, auch eine wichtige, coole Band gewesen, die man für irgendeinen Song immer mal abgefeiert hat. Und diese Leute und diese Menschen, die, sag ich mal, Hip-Hop gemacht haben, was heute, nachdem der große Gangster-Rap kam, etwas verpönt wurde und gesagt hat, es ist ja bürgerlich, ist manchmal mir immer noch lieber und gewitzter, als jetzt zum 30. Mal zu hören, wer jetzt gefickt wird und wer sonst was dran ist, zum 3000. Mal zu hören. Und, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, auf die Fanta 4 lasse ich eigentlich musikalisch nichts kommen. Ich möchte doch gar nichts gegen die Fanta 4 sagen. Ich wollte es einfach mal kurz, ich weiß noch, das rote Album, wo du das gerade sagst, da war ich ja, ich bin ja ein bisschen jünger als, Also gut, das reicht auch jetzt, weil wir wollen ja nicht verklagt werden. Den Rest natürlich auf Spotify. Grüße an die beiden auf jeden Fall und wie gesagt, ich gebe Olli da teilweise recht, ich bin zu der Einsicht auch schon selber gekommen, wie ich aber schon bewiesen habe, das neue Video. Aber, ja, ich muss sagen, Michi Beck, Ankar Song, Wie geht das nochmal? I got a song, I got a song, it's got no melody, no melody, I got a song, wie geht das nochmal? Die fand ich nice. Er hat ja mal so ein Hausprojekt gemacht und so. Ich fand den, den, ich fand, wer heißt der denn, der andere, Thomas D., ich fand, der Digga, Thomas D. war für mich ein Thema, als er da in der Klatschpresse war, wo er mit Jenny Elvers da zusammen war und die ihn verlassen hat oder so. Also die Musik von denen habe ich kaum verfolgt, ich kenne natürlich die Hits, die dann, die da, die da, die da lief ja im Fernsehen und so, kennt man ja schon, aber ich fand die jetzt auch nicht komplett scheiße, das war mir einfach völlig egal, die waren einfach für mich egal. Ich muss sagen, zum Beispiel Fettes Brot war für mich zu der Zeit auch ein Track kannte ich und ich kannte dann, habe ich schon mal erzählt, das Cover wegen Toast und so, aber Fettes Brot konnte ich gar nicht, also gar nicht so. Auch diese Emanuela und so, ich meine, das hat schon aus heutiger Sicht, das ist auch cool und so ein bisschen auch seiner Zeit voraus, wenn man das jetzt mal so mit KIZ vergleichen will oder so, aber ich fand es damals schrecklich, dieses E-Mal, das war auch wenig Hip-Hop so eigentlich, so eigentlich Punk. Egal, auf jeden Fall, was ich ganz, ganz schlimm fand, also muss ich jetzt sagen, ist kein Diss, aber persönliche Meinung, kein Roos Hip-Hop, einfach ich damals persönlich konnte mir auf gar keinen Fall so Blumentopf oder sowas geben. Das war so Germanisten-Rap so weiter. Schau hier, es ist da, es ist dieser Quadrat und es ist, boah, einfach keine, also das Level an spielerisch mit der Sprache umgehen, das gab es bei denen ja gar nicht, die haben ja Duden-Rap gemacht. Das muss man ehrlich sagen, hat Bushido auch eine ganze Zeit lang gemacht, seine Attitüde, sein Look waren woanders und da hat er andere Sachen erzählt, aber seid mal ehrlich, Sonnenbank Flavor, einer der bekanntesten Tracks, seid mal ehrlich, wer hat hier die Kerbe, Merbe in Holz, Dings, Blah, Ananas, so Quadratur, hast du nicht gesehen, Kuh auf Dach. Eigentlich hätte er auch Duden gerappt. Erst so später Haft, massiv und so Leute haben dann angefangen mit der Sprache auch spielerischer umzugehen und auch mal Sachen von der Straße, die wirklich gesprochen werden, aufzunehmen. Das hat natürlich Rap auch, natürlich hatte Olli recht, ich selber kann mir die schon die Messer Rap, seine Mutter oder was Rap nicht mehr geben, aber das ist natürlich auch immer so, es ist halt jetzt auch übersättigt. Jetzt fällt es ja auch zusammen, wir haben ja 40% Einbruch beim ganzen urbanen Sektor, jetzt ist die Zeit von Ski Agu und Mako und sowas, das ist ja auch das Ding. Ja, es wird alles kommen, es hat so Bewegungen, man sieht es ja auch in Amerika, diese Gangster hatte seine Zeit und das ist so. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, was der Anwalt dazu sagt, dass der Jan sagt, Jans Frage, das ist das, ne? Herz Confetti fragt mich, wie ich Trettmann finde, also ich muss sagen, Tretti liebe ich, persönlich habe ich ihn schon ein paar Mal kennengelernt, also ein paar Mal getroffen, finde ich sehr, sehr cool, sehr nett, aber seine Musik, unglaublich, mein Lieblingsalbum, einer meiner all time Lieblingsalben auf Deutsch, muss ich sagen, wirklich. Hat sich gemausert bei mir so, am Anfang habe ich ihn ein paar Mal gehört und cool gefunden, dann habe ich irgendwann gemerkt, ich höre das immer die ganze Zeit, aber super. Das ist ein bisschen abgetaucht, ja. Andere machen jetzt mit seiner, wie nennt man das, seine Art zu intonieren, da gibt es einen Oberbegriff, seine Art zu flowen, ist das Duktus? Es gibt eine Künstlerin, das ist vielleicht auch Zufall, das muss sich bewusst sein, aber die gerade eigentlich auf, ja, ich würde sagen, die weibliche Trett, die habe ich schon mal gesagt, es hört sich an wie Trettmann, also wenn du da den, da müsstest du Nina Chuba, meine ich, da müsste man mal AI-mäßig den Song nehmen, ich werde die Stimme drauf machen, ich schwöre bei Gott, du würdest denken, das ist ein echter Trettmann. Gerade auch der neue Song von ihr, der neue Rär, nicht der neue, der neuere, dieses, wo die, irgendwie, du hast alles drauf, deine Eltern sind noch zusammen, du siehst gut aus und ich hasse dich, ich hasse dich, Woody Hook ist schon sehr Kraftklub, ich will nicht nach Berlin, ja egal. Reaction Videos überfluten die Medienlandschaft auf YouTube, da wird reagiert auf Reaktionen von Reaktionen von Reaktionen und so weiter, die Frage ist nur, dürfen die YouTuber, das darf man einfach so ein anderes YouTube Video sich anschauen und dann darauf reagieren, geht es, dass man sich Rosins Restaurant reinzieht und dann nebenbei noch Games zockt, ohne Rosins Restaurant beispielsweise zu... Also ich muss, weil ich gerade lese, damn, wie sieht der aus, ich muss sagen, er sieht fresh aus, Alter, ich finde ihn gut aus, ich fand, vorher mit den Haaren, hat der da so einen verrückten Professor-Look, jetzt, damn, schöner Mann, so. zu kommentieren. Genau diese Frage hat sich auch Jan Böhmermann in einer seiner letzten Folgen des Podcasts fest und flauschig gestellt und wir werfen heute mal einen tieferen Blick darauf, inwiefern darf ich mir eigentlich andere Videos anschauen auf YouTube, darauf reagieren und wenn ich reagiere, wie intensiv muss ich darauf reagieren, damit das Ganze legal ist. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich immer up to date bleiben wollt, zum Beispiel zum Thema Reaction-Videos und ich komme später in diesem Video zu Positivbeispielen, beispielsweise von Monte oder teilweise auch von Böhmermann und zu Negativbeispielen von sehr großen Streamern, wo ich sage, hier sind Reaction-Videos produziert worden, die klar illegal sind. Aber wie komme ich überhaupt über das Thema? Naja, Jan Böhmermann und Olli Schulz haben in einer ihrer letzten Folgen des Podcasts fest und flauschig darüber diskutiert, wie Content eigentlich aus dem Nichts geboren wird, um mehr Klicks zu machen. Böhmermann war der Meinung, man kann ja mit Reaction-Videos unendlich viele Inhalte schaffen, ohne dass man wirklich selber etwas geschafft hat. Hört euch das mal an und das ist jetzt auch eine Reaktion. Ich reacte auf fest und flauschig und wir hören mal rein. Was die beiden diskutiert haben, geht etwa eine Minute. Tana Black mit Ruth oder umgekehrt oder so und dann macht der noch ein Reaction-Video auf das Reaction-Video und auf dem Reaction-Video wird noch ein Reaction-Video. Und so kann man unendlich Content, glaube ich, kreieren, indem man einfach nur Reaction-Videos macht. Das ist eine ziemlich einfache Sache. Die Frage ist, wie sieht das Ganze rechtlich aus? Das interessiert mich natürlich als Hobby-Juristen. Wie ist es eigentlich urheberrechtlich, wenn ich mir einfach so ein Video von Olli Schulz, keine Ahnung, kralle, deine Schulz in the Box ProSieben in der Join-Mediathek und dann gucke ich mir die ganze Sendung an. Ach, sieh an, der hört sich der Bank an. Gute Playlist, brä. Serienkiller und so auch. Ich bin nur ganz klein unten drin. Darf ich das denn urheberrechtlich? Also wie ist das geregelt urheberrechtlich? Das weiß ich nicht. Weil im Grunde genommen setzt man sich ja auf Premium-Content obendrauf und kommentiert den so ein bisschen. Ich glaube, da fehlen bislang die Präzedenzfälle. Da muss mal dieser Rechtsanwalt kommen, dieser Solmecke, der immer, wenn ich irgendwie Scheiße baue oder bei mir die Kacke am Dampfen ist, ist das Allerschlimmste immer, wenn Solmecke ein Video macht, wo er erklärt, was das wirklich zu bedeuten hat. Muss Jan Böhmermann jetzt wirklich ins Gefängnis? Wird er wirklich zu Tode gefoltert? Nee, das sieht alles ganz anders aus. Man weiß immer, Herr Böhmermann hat ja mit dem Ziegenficker-Video gegen Erdogan ganz ordentlich Rechtsstreitigkeiten ausgelöst. Also der weiß, dass wenn ich ein Video mache, dann auch juristisch diskutiert wird und teilweise bis vor dem Bundesgerichtshof hat er nicht ganz unrecht. Die Kacke ist am Dampfen, wenn Solmecke ein Video macht. Und da soll der Solmecke mal ganz kurz erklären, hier ein kleiner Arbeitsauftrag. Rechtsanwalt Solmecke, er ist auch in Köln. Aber der wartet auch die ganze Zeit. Der wirkt immer so, als wenn der nur wartet, auf Rekord zu drücken und neu... Ich weiß, das Ding ist, das ist dieser alte Trick, wenn man Leute... Absolut, ich warte nur drauf, dass fest und flausch ich mich zu einer Reaktion auf. Ich fände noch mal, dass sie in den Fame hineinstoßen. Also dass sie gar nicht anders können, als sich quasi damit auseinanderzusetzen. Lieber Rechtsanwalt Solmecke, Stichwort Reaction-Videos, wie sieht das da urheberrechtlich aus? Ist das erlaubt, das zu machen? Also kann es sein, dass Bushido Roos noch mal richtig bei die Eier bekommt, wegen der ganzen Reaction-Videos? Das Bushido von Doppelhaus hat eine große Abmahn-Kampagne startet. Eigentlich voll geil, weil wir kriegen jetzt hier eine Solmecke-Beratung auf Lau. Interessanterweise habe ich ja sogar mit Solmecke ein Video gemacht über den Bushido-Prozess. Ja, ist doch ein schöner Arbeitsauftrag von Jan Böhmermann. Wie sieht das eigentlich mit Reaction-Videos aus? Ist ja total gerechtfertigt. Wir haben Premium-Content. Auch auf unsere Videos ist schon häufig reagiert worden. Ganz bestimmt haben wir ja auch schon auf Jan Böhmermann-Inhalte reagiert. Ich habe es gerade gesagt, auf sein Ziegenf***er-Video, als er dieses Gedicht gesprochen hat. Wie die so Ziegenf***er sagen. So einfach so von Seite. Ich sage sowas, alter Dreck. Aus Berlin ein Rapper ruft Anwalt. Habe ich natürlich hier im Video auch das Gedicht gezeigt. Und was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich habe reagiert. Reagiert auf deren Podcast. Ich habe auch Premium-Content, die beiden unterhalten sich, haben sich vorher was überlegt, genommen, hier eingebaut und reagiere drauf. Und darum soll es gehen, inwiefern ist das möglich, inwiefern darf ich Inhalte von anderen nehmen, mich draufsetzen, vielleicht veredeln, vielleicht aber auch einfach nur laufen lassen. Das gibt es ja haufenweise auf YouTube. Dazu muss man sagen, Bild und Ton sind urheberrechtlich geschützte Werke. Jedes YouTube-Video ist quasi vom Urheberrecht geschützt. Und das Grund, die Grundregel heißt, ohne Einwilligung darf man diese Sachen nicht verwenden. Aber bei uns Juristen kommt es natürlich darauf an. Es kommt darauf an, ob nicht eine Ausnahme greift. Und diese Ausnahme ist zu finden in § 51 des Urheberrechts. Keine Sorge, jetzt geht es noch ein bisschen juristisch weiter. Gleich gehen wir in die Details rein. Wir gucken uns Videos von Monte, von Böhmermann an. Wir gucken uns Reactions auf Rosines Restaurant an und gucken, wo was richtig und falsch gemacht worden ist. Aber erst mal ganz kurz, die rechtlichen Grundlagen. Wann kann ich überhaupt Inhalte anderer verwenden, ohne eine Einwilligung? Das ist im Zitatrecht geregelt, § 51 Urheberrechtsgesetz. Und da steht drin, dass das Zitat erst mal der Beleg oder die Erörterungsgruppe... Also die Böhmermann fragt, ganz speziell nach Ruth und Bushido und diese Sache und der guckt jetzt andere und nicht Ruth. Ey, Solme, was ist denn das hier? Solmeke... Grundlage für eine eigene Ausführung sein muss. Also, wenn ich mir gerade den Podcast reingezogen habe von Böhmermann und Olli Schulz, dann nehme ich das natürlich als Beleg dafür, dass es dort eine Diskussion gab um Reaction-Videos und ich aufgefordert worden bin, euch mal was dazu zu erzählen. Also kann man schon mal sagen, es gibt einen Grund, warum ich das verwendet habe und wir gucken, wie sprechen mich die beiden an. Und dazu brauchte ich einfach diesen kurzen 60. Königin Schnipsel aus deren Podcast. Weiterhin Quellenangabe. Die sollte normalerweise im Video sein, aber man kann sie auch woanders unterbringen. Ich habe die Quelle unten in der Caption untergebracht. Reicht in der Regel auch. Wer aber so 1000% safe sein will, schreibt die Quelle schon ins Video. Außerdem darf das Zitat nicht verändert werden. Habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Ich habe es einfach so abgespielt auf das, was ich hier reagiert habe. Man muss das Zitat unterscheiden können vom eigentlichen Werk. Naja, man kann ja dieses YouTube-Video von dem kleinen Podcast unterscheiden, auf den ich jetzt gerade, oder den Podcast-Schnipsel, auf den ich reagiert habe. Und der Umfang muss angemessen sein. Und das dürfte so ziemlich der schwierigste Punkt an der ganzen Geschichte sein. Man darf nicht zu viel nehmen im Rahmen des Zitats. Man muss so viel nehmen, wie der Zweck rechtfertigt. Ich habe jetzt nicht das Ganze fest und flauschig genommen. Ich habe nur die Passage genommen, wo die über Reaction... Ja, das, soweit muss ich sagen, habe ich auch schon gelernt mittlerweile im Austausch mit unserem Anwalt, mit unseren Anwalt, diese Themen, ja. Man darf beim Zitatrecht, ist es halt so, man darf halt nur das Stück nehmen, soweit ich es auch gelernt habe, wie er es auch sagt, wie der Zweck, das heißt, du willst eine Aussage machen, dann nimmst du da ein Stück und dann kannst du jetzt nicht so einfach so Riesen nehmen und das ja sinnlos ist dann irgendwo. Genau, Memo-Keck-Sohn sollte sich das hier auch mal anschauen. ... Videos sprechen, mich persönlich angesprochen habe und dann reagiere ich darauf. Aber da gibt es manche, die gucken sich eine ganze Show an und das ist eventuell nicht erforderlich. Manchmal ist es aber schon erforderlich, weil man auf alle Elemente einer Show reagiert. Manchmal kann es aber auch ausreichen, dass eine 10-sekündige Einblendung reichen würde. Also, wenn Jan Böhmermann in seinem Beispiel ein komplettes Schulz-in-the-box-Video nimmt und darauf reagiert und ab und zu nur lacht und mal einen lustigen Kommentar bringt, dann muss man sagen, ist es kaum erforderlich, das gesamte Video zu zeigen. Aber das ist natürlich eine Frage des Einzelfalls. Und auf diese Einzelfälle kommen wir gleich zu sprechen. Wir picken uns berühmte Streamer, berühmte YouTuber aus, gucken uns Negativbeispiele und Positivbeispiele an. Ach so, er guckt sich berühmte Streamer an. Ja, dann wird er sich jetzt Bruce nicht angucken, weil ich denke, ich mache Spaß. ...Beispiele an. Und diejenigen, die dann was falsch gemacht haben, die könnten abgemahnt worden. Apropos Abmahnung, naja, da hilft vielleicht eine Rechtsschutzversicherung. Und wenn wir über das Thema Versicherung sind, dann sind wir auch beim Kooperationspartner unseres heutigen Videos. Ihr kennt ihn alle, das ist Klark. Klark ist eine Versicherungs-App und die ist nur eine Versicherung vorgestellt, dass er dann, ob die Tage, euch überlässig checkt. Am Ende tritt wiegen neu ab, ja, ab, das man folgen mag, aktiviert auch jeder. Wir sprechen einfach mal mit Jan Böhmer einigern, wenn er uns schon gesagt hat, dass wir uns das mal alles anschauen sollen. Hallo. Eins von seinen eigenen Reactions. Schauen wir mal rein. Reporter Undercover heißt das hier. und er schaut sich an, Schwiegertochter gesucht. Seht ihr da rechts? Also die Untertitel ist von ihm, ist nicht von mir, muss er mal ausschalten. Er nimmt im ZDF RTL-Content. Sucht Vera Entwen im Rahmen der Sendung Schwiegertochter gesucht. Die große Liebe für ganz besondere Kandidaten, so heißt es, glaube ich, richtig. Wir lassen uns heute mal richtig krachen, Mädels. Sind wir mal ehrlich, RTL und Vera Entwen geht es doch hier um Cash, die kleinste Violine der Welt und Lacher fürs Publikum vor dem Fernseher. Und dafür machen die mit den Kandidaten alles. Also, ist ein Gerücht, angeblich. Ja, also, was ihr hier seht, er reagiert im ZDF Magazin Royal auf Schwiegertochter gesucht, nimmt ganz kleine Ausschnitte, belegt es auch mit Quellen. Zweifelsohne, so läuft das mit dem Zitatrecht. Kein Wunder, bei Böhmermann, da steht eine ganze Reaktion dahinter. Ich glaube, der Böhmermann, die haben letztes Mal, wo ich nachgeschaut habe, 100 Mitarbeiter. Jaco schreibt im Chat, verdient man als Anwalt so wenig oder wieso macht er den Placement? Tatsächlich ist mir auch noch nie aufgefallen, dass er Placement hatte. Ich glaube aber, es ist okay, also, ich meine, warum soll er darauf verzichten, wenn das Placement da ist und wir gucken alle seine Videos. Dass er wenig Geld verdient, glaube ich allerdings nicht. Der ist nicht der günstigste und hat natürlich komplett, finde ich den, also, der ist Marktführer, glaube ich, wenn man das so sagen darf. Wenn das Thema irgendwas, Internet, YouTube, Abmahnung, Facebook, dann kommst du immer auf den. Also, das hat er schon geil gemacht, muss man sagen. Ich kenne den Solmecke schon so lange, ich glaube, da war ich selber noch kein YouTuber. Die lassen das normalerweise auch von Juristen vorher checken. Also, da ist alles richtig gelaufen. Gucken wir mal in Monte rein, der wird sicherlich nicht das über eine Redaktion checken lassen und hier reagiert er auf ein 10, 10 Minuten lang auf ein 3-minütiges Video. Mal ganz kurz angucken. Darum ist die Cannabis-Legalisierung problematisch. Mein Name ist Claudia Berger. Ich bin 8... Die Bewertung, die Bewertung streng für sich. Also, das ist ein Stern-TV-Video, also Premium-Content, den sich Monte hier reinzieht. Also, ich habe die Erfahrung, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir auf sowas reagieren. Ich sage mal, von der Qualität her, so Spiegel-TV, Stern-TV, selbst auf, wenn wir mal selbst diese ZDF-Magazin-Royal folgen, also unsere Erfahrung hat, die striken uns nicht weg, das finde ich schon okay, das finde ich schon sehr korrekt, weil das könnte schlimmer sein. Aber die hauen uns das immer um die Ohren, ne? Copyright-Claim und du wirst es runternehmen. Es ist halt so, ne? Haben wir noch nie durchbekommen, irgendwie. Also, haben wir es ein paar Mal schon versucht, dass man dazu... ...jahr, und ich war 18 Jahre... ...und guckt sich den komplett an, ja? Zehn Minuten bewertet er den Inhalt und geht... ...und das Video selbst ist nur drei Minuten lang und da geht er dann wie folgt drauf ein. Eine Sache abschließend sagen, es geht hier gerade um ein Video, wo jemand sich gegen die Legalisierung ausspricht und ich gehe in dieses Video sehr voreingenommen ein, wie ihr mitbekommen habt, weil ich für die Legalisierung bin. Aber am Ende des Tages möchte ich euch eine Sache nochmal mit auf den Weg geben. Das Beste, was ihr euch antun könnt, die beste Droge, das beste Hai, was ich jemals in meinem Leben hatte, war, als ich nichts genommen habe und einen klaren Kopf zum Denken hatte. Deswegen... Und da seht ihr, er hat sich jetzt das gesamte Video zwar angeschaut, alle drei Minuten, aber er hat eine sehr eigene Wertung da reingebracht und das ist wichtig bei diesen Reaction-Videos. Ja, man sagt, man redet von Schöpfung, Schöpfungshöhe, ne? Es muss irgendwie ein neues Werk erschaffen werden. Es muss halt wichtig sein, was du sagst. Dieses einfach in die Ecke tun und ganzen Film gucken, so mäßig, das ist rechtlich nicht gesaved. Jetzt schreibt, Akuta hat auch geschrieben, Montana hat auch mal selber gesagt, dass die Videos bei ihm nicht monetarisiert werden. Ja, also ja. Jemand anderer fragt, werden die geclaimt, das heißt keine Einnahmen oder müssen die runtergenommen werden? Also sowohl als auch. Wir hatten schon mal geclaimte, da habe ich mir gedacht, scheiß drauf, lass die oben, weil die Reactions machen ja auch Spaß und das ist ja nicht bei jedem, wie du jetzt Geld verdienst, ist auch okay. Ich bin ja froh, dass die uns lassen, so ist okay. Aber es gab auch schon Takedowns, also nimm's runter, so Filme. Kommt immer, glaube ich, auf das Team an, das ist nicht unbedingt nur der Sender, also es ist gar nicht so einheitlich, wie man denkt. Dass ihr nicht einfach nur lacht oder haha sagt, sondern, dass ihr das veredelt, kann man so sagen, dass ihr das nehmt als Beleg für das, wie ihr reagiert. Auch jetzt sagt er, ich war erst voreingenommen, dann habe ich, während ich das geschaut habe, meine Meinung geändert und dann kann auch so ein Gesamtzitat von drei Minuten erlaubt sein. Also auch hier, Monte hat's richtig gemacht. Negativbeispiel habe ich euch hierbei natürlich auch. Wieso spiegelt man das Videomaterial? Vielleicht, True Legends fragt das, das kann sein, dass man sich so denkt, dass man da dem, dem automatischen, Werkzeugen von YouTube entkommt, dass das nicht greift, kann ich mir aber nicht vorstellen. Also das war mal YouTube 1999 mäßig so, ich glaube nicht. Auch das ganze Pitchen und Runterfahren, Hochpitchen, Musik hochpitchen und so. Mittlerweile sind die Dinger, ihr könnt es ja mal versuchen, pitcht mal Musik und haut Shazam drauf. Ich glaube, der erkennt das. Mitgebracht. Es gibt, also nahezu überflutet, ist das Internet von Rosin Reaction, also Reaktionen auf Rosins Restaurant. Ihr kennt das vielleicht, Frank Rosin, der geht, ist ein Sternekoch und der geht in Restaurants rein und versucht die vor dem Backrott zu retten und sehr viele auf YouTube reagieren auf Rosins Restaurant und gucken sich das dann teilweise nur nebenbei an. Kann sogar vorkommen, dass Trimax Spiele spielt und dabei läuft Rosins Restaurant und die Frage ist natürlich, ob man so etwas darf. Sasch schreibt im Chat, oh to Sasch schreibt, wieso wurden denn die Reactions auf den Bushido Podcast runtergenommen? Also wir hatten damit nie Ärger und nie Probleme. Irgendwann hat sich RTL gemeldet und hat uns da gebeten, die Dinger runterzunehmen, was ich auch noch cool finde, ohne zu striken. Aber dem sind wir natürlich nachgekommen, ist natürlich deren Content. Und ich finde schon, dass wir zumindest bei einigen so eine Schöpfungshöhe hatten, die Folgen waren, also wenn ich sie reactet habe, waren die ja teilweise doppelt so lang wie das Original. Das ist ja schon auch ein Indiz dafür, dass man da auch was dazu beiträgt. Aber ich wollte jetzt nicht so auf rechtlichen Kampf und Mampf und so Scheiß drauf. Ich kann nur sagen, dass die Leute, von RTL ich jetzt keinen Namen nenne, ich will niemanden in die Pfanne hauen, aber mir auf jeden Fall durch die Blume mitgeteilt haben, dass die eigentlich kein Problem damit herabt hätten. Aber es ist alles auch Interpretationssache. Gucken wir mal rein, was Rosin dazu sagt. Also hier ist Frank Rosin selbst. Das ist ja oft angesprochen worden. Und ihr und eure Kollegen, wie nennt man das nochmal? Ihr supportet den Stream. Ja, ja. Wir supporten den Stream. So geht das, ne? So heißt das, ne? Gut, du musst mir mit der Lingo ein bisschen helfen. Es kommt auf, genau, welche Lingo da gemeint ist. Also wir supporten, re-stream, reagieren. Nee, ihr sendet das. Wir senden das. Genau. Wir streamen das. Ja, ihr streamt das. Kann ja eine Stunde sein oder so. Und dann gehen wir da richtig drauf. Und dann werden wir eine neue Ära einleiten. Hört sich so an, als wenn er nichts dagegen hätte, ja? Also ich weiß das. Ich weiß, dass ihr das macht. Ihr macht das. Ihr supportet das ja quasi. Das heißt, Frank Rosin selbst findet das ganz cool, dass es solche Reaction-Videos gibt. Da muss man ehrlich sagen, er hat möglicherweise gar nicht mehr die Rechte. Die liegen bei K. Ja, das ist auch das Ding, genau. Deswegen können wir zum Beispiel auch auf Busnitsch reagieren, wenn er bei KISS FM ist, weil er da die Rechte selbst nicht hat. Was aber natürlich der Fall sein kann, weil Guido riecht das schon danach. Ich erwarte das von ihm fast, dass er da anruft und Druck macht. Aber ja, gut. Sonst komme ich nicht mehr zu euch. Könnte er zum Beispiel als Karte auslegen. Ja, nee. Snitch. Harren. Kabel 1. Das heißt, ja, eventuell könnte er gar nichts dazu sagen. Warum aber Kabel 1 nicht macht es, dazu gleich mehr. Komme ich auch drauf. Ich muss sagen, klar, der Benefit ist ja auch immer eigentlich, durch eine Reaction, kann es ja auch viel Werbung machen. Ich meine, ich wurde von RTL schon bezahlt, dass wir auch Sachen reagieren. Also als Placement sozusagen. Und immer wieder passiert. Also es ist eigentlich schon dann crazy, dass sie dann, aber egal, scheiß drauf. Sehr kritisch gesehen wird der größte Streamer weltweit. Der heißt XQC. Ja, das XQC-Thema, das hatten wir hier, glaube ich, schon mal, wenn ihr euch erinnert. Der reagiert nämlich richtig reudig. Schaut mal. Und hier beschwert sich einer, dass XQC seine Inhalte anschaut. Er sagt, ich habe hier diese Inhalte gemacht. XQC guckt sich die an und geht dann aus dem Raum. Gucken wir uns das mal an. Ja, also, ihr seht links, der sitzt da gar nicht und ist jetzt nur schneller gemacht worden, aber auf mehrere Minuten, etwa 10 Minuten, ist der überhaupt nicht da und das ganze Video läuft. Das heißt, hier wird nur ein Rescreen gemacht und dann kommt XQC wieder und hat natürlich jetzt Premium-Content, weil er sich was anderes angeschaut hat. Und das ist ein Fall, wenn man stundenlang sich nur andere Videos anguckt und dann für, wie jetzt, exklusiv für 100 Millionen Dollar. Eine sogenannte Mass-Dag-Reaction. Also bei XQC kann man sagen, es gibt halt diese, also guck mal, vielleicht war der einmal auf Toilette, aber ich glaube, einmal war nicht das Thema. Ich glaube, es ist schon so, dass es bei ihm sehr oft ist, deswegen ist es den Leuten ja auch gefallen, ja, deswegen nennen die ihn auch diesen Content-Thief, dann ist es halt kein Reaction, es ist kein, es ist nicht wie Hassan. Hassan Abi, zum Beispiel auch ein sehr großer, der guckt sich viele Sachen an, aber der nimmt die auseinander, gibt, addet Sachen dazu und bla. Hassan macht es sogar noch ganz anders, der ist ganz drauf, der, ich meine, der hat es auch einfach nicht nötig, der hat aber so viel Money durch Twitter, er sagt sogar, er reaktet drauf und dann sagt den Leuten, ihr könnt das Highlight bei euch hochladen. Ähm, ja, also, ne, es gibt viele Möglichkeiten, ich glaube, Excusi hat den Leuten noch schon mal Geld bezahlt, damit die glücklich sind, auch schon mal angeboten, ey, Bro und so, aber ja, es gibt halt immer diese Theorie, ey, wenn ich auf dich reakte, wirst du Famer und wirst bekannter, kann man so und so sehen, ne. zu Plattform Kick auch noch wechselt und da auch noch streamt, dann kann man zur Haftung genommen werden, auch wenn das in Amerika ist, da gilt ein ähnliches Urheberrecht trotzdem, ich kann nicht einfach mich auf Content anderer drauflassen, draufsetzen, den Raum verlassen, einfach nur laufen lassen, da muss ich sagen, das ist nicht erlaubt und es wäre eine Urheberrechtsverletzung. Namus Namus schreibt mal, der Mersdeck ist schon zu heftig am reagieren, ich kann mich an ein Video erinnern, wo er die komplette Sendung lang nur ein Brot gegessen hat, danach noch Sahnseite benutzt hat, ohne ein einziges Wort zu sagen und dann hat der Einleitung im Schlussteil nur rausgehauen, das war krass, das ist aber auch schon hart, Alter. Da muss man sagen, wer da keine Rechtsschutzversicherung hat, der kommt schnell schon mal ins Schwimmen, das kann teuer werden, er hat wahrscheinlich das Geld und deswegen kann er sich es erlauben, aber das ist natürlich auch in Amerika hoch umstritten, apropos hoch umstritten, hoch umstritten ist auch, was die Mobilfunkprovider gerade gemacht haben. Jetzt doch ein Placement in eigener Sache, ja, aber ist cool. Hartmann ist mal die Rechtsschutz-Bieren. Vorschriften, Immunikatur, Parodie und Pastiche. Gehen wir mal auf die Parodie, die ein, das ist eine Kunstform, auch Satire fällt darunter, dazu muss man den ursprünglichen Inhalt mit erkennbarem Humor oder Verspottung übertrieben nachahmen. Wie man das macht, zeige ich euch hier, Kalkofis Matscheibe, kennt vielleicht der ein oder andere von euch und hier sieht man, wie man... Ja, es gibt tatsächlich die kalkofische Rechtsprechung, darauf geht der, glaube ich, ein. Das ist eine Sache, die immer wieder auch angeschmust wird bei so Themen. Immer was nachahmt. Wo müssen wir in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren stehen, digital, um tatsächlich da auch Champions League zu spielen, um Weltmeister sein zu können. Um den Pott nach Hause zu bringen und nicht immer nur draufgesetzt zu werden. Aber das ist halt, guck mal, das ist natürlich Peak Eigenbeteiligung so. Was er hier macht, ist natürlich viel Arbeit. Er geht hin, lässt sich da schminken, eine Stunde, dann sieht er aus wie die und dann macht er Back, da, da, da. Das ist hier keine, sagen wir mal, simple Reaction. Das ist schon viel mehr und daher hat er auch das Recht, glaube ich, bekommen, dass eine künstlerische Arbeitsschöpfungshöhe... Und darum sollten wir uns auch nicht immer nur um die sehr langweilige Realität kümmern, sondern lieber mal bei einer Mars Prosecco darüber fantasieren, was einfach schön wäre, wenn man es hätte. Also da seht ihr schon, was Parodie ist und Satire. Wenn man sich live und direkt, alter. ...dass man auch Inhalte kopieren oder wenn Bümmer mal mit Humor und Verspottung etwas übertreibt, also im Rahmen der Kunstfreiheit geht hier wirklich sehr, sehr viel. Man darf es nur nicht nehmen, um seine eigenen Inhalte schöner zu machen oder weitere Informationen beizusteuern. Das wäre eine Urheberrechtsverletzung. Außerdem steht im neuen Gesetz auch noch drin, Pastiche wäre erlaubt. Das Problem ist, das ist relativ neu da reingekommen nach einer EU-Vorgabe und keiner weiß ganz genau so, was Pastiche ist. Der deutsche Gesetzgeber meinte damit imitierende und anlehnende Kulturtechniken, Remixe, Memes, GIFs, Mesh-Up, Fanart, Fanfiction oder Sampling. Hä? Das steht da jetzt wirklich drin? Das ist aber... Wow. Abo Pastiche? Ach so, das Wort Pastiche ist doch... Das kommt doch von Pasteur, oder? Louis Pasteur, der Professor Louis Pasteur, der hat doch Dings. Das neue Werk muss das alte kreativ integrieren, zum Beispiel durch hinzufügen neue Elemente, das alte Video in einen neuen Kontext setzen oder verändern. Also das hängt gerade beim BGH, was Pastiche eigentlich wirklich ist. Das könnte euch noch sehr, sehr viel helfen. Was nicht funktioniert ist, dass ihr ein Foto nehmt und einfach drüber schreibt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und glaubt, damit hättet ihr Pastiche erzeugt. Abo, da hast du gerade gedacht, du kommst durch, ne? Ja, das ist kein Pastiche erzeugt. Abo, aber nicht Abo, Jani, nach dem Motto, du stehst über mir. Kommt aber bald eine Entscheidung zu, also da werde ich euch auch noch was zu sagen. Das ist wirklich sehr interessant. Dieses Pastiche-Ding ist in der Musikbranche auch interessant, falls es dann irgendwie auch von Musiksampling, das ist echt krass. Nicht nach dem Motto, Jani, du stehst über mir. Das wäre wirklich ein Game Changer. Abonniert gerne den Kanal, das könnte hier für die ganze Internet-Community super hilfreich sein, wenn wir genauer wüssten, was Pastiche ist, denn im Rahmen der Pastiche kann man auch Inhalte anderer verwenden. Für die meisten Reaction-Videos allerdings ist es das Zitatrecht, was ich ein bisschen ausführlicher gerade erläutert habe. Wer sich also inhaltlich nicht mit den zitierten Videos auseinandersetzt, der begeht eine Urheberrechtsverletzung. Rechtliche Konsequenzen sind klar, Abmahnungen, Unterlassungsansprüche, einstweilige Verfügungsverfahren, Auskunftsansprüche, Schadenersatzansprüche und teilweise sogar strafrechtliche Sanktionen. Also eine ganze Palette, was euch da passieren kann. Auch können sich Rechteinhaber an die Plattformen direkt wenden. Sie könnten bei YouTube einen Strike auslösen, Copyright Strike. YouTube guckt dann sich die Beschwerde an, dann wird euch die Monetarisierung genommen und im schlimmsten Falle bei vielen Strikes wird der ganze Kanal sogar dicht gemacht. Fakt ist aber auch, nicht immer wollen Content-Creator gegen Reaction-Videos vorgehen. Ich beispielsweise habe in der Regel nichts gegen Reaction-Videos von meinen Videos. Oft fragen mich die Leute auch, hey, ich will reagieren. Groß wie ein Monte, nimmt einfach so mein Video, aber dagegen geben wir nicht vor. Und was ist der Hintergrund? Naja, weil auch wir in der Regel profitieren von solchen Reactions. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, ohne diese ganze Reaction-Dings, Digga, der profitiert sehr davon. Sehr, sehr, weil er, weil, also warum er viel mehr profitiert als jetzt ein stinknormaler YouTuber ist, weil sein YouTube-Channel ja so eine Art Bewerbung auch seines Wissens, seiner Person und seiner Kanzlei ist irgendwo. Und das heißt, selbst wenn du die Reaction von Solmecke siehst, also Montes' Reaction von Solmecke siehst und dann nicht mehr hingehst und das Original anguckst, er dadurch keine Klicks mehr macht, das ist ja auch immer die Kritik, hast du aber trotzdem gehört, ah, Dr. Solmecke, Arzt hier, der Arzt, der YouTuber, der kann mich operieren, dann irgendwann, das bleibt ja in deinem Gehirn irgendwo und irgendwann hast du so ein Urheberrechtsproblem, hast du irgendwas, googelst, ah ja klar, Solmecke kenne ich, das ist natürlich doppelt und dreifach eine geile Sache für ihn, deswegen, wenn du ein Offline-Geschäft hast, was direkt mit deinem YouTube-Channel verbunden ist, dann kannst du anders die Kuh melken, das finde ich nice und deswegen will ich jetzt Arzt. Wir bekommen eine erhöhte Reichweite, Kabel 1 hat natürlich durch die ganzen Rosinen-Reactions erheblich an Bekanntheit gewonnen und das wird ein Grund sein, warum die nicht dagegen vorgehen, was sie allerdings machen könnten, sie könnten die Monetarisierung der Reaction-Videos übernehmen, das heißt, man lässt die dann da und das Geld fließt an Kabel 1 oder an den Rechteinhaber. Auch da meine Kritik seit Jahren, warum kriegt das so eine kranke Firma wie Google, die im Prinzip den Mond nachbauen konnten, die müssten nicht mal eine Mondlandung machen, warum kriegen die das nicht hin, dass man sharing kann, ganz einfaches Sharing, ich reagiere auf jemanden und dann gibt es da eine einfache Muster und dann teilen wir uns das irgendwie und dann kriegen, auch ohne abzusprechen, muss man auch nicht miteinander befreundet sein oder das absprechen. Einfach YouTube erkennt und sagt, ey, 70% ist der Anteil von dem anderen, 30% hast du Anteil darüber gemacht, beim Sharing, Revenue Sharing. Digga, das wäre anders, das wird das Game so ändern und alle werden, die Leute werden auch nicht so abgefuckt dann, weil du machst ein Original, das macht 100 Klicks, 100k Klicks oder so, 150k Klicks, andere machen, Digga, also, das ist, ähm, das ist Ko-Jum-Benim. Wenn man mit Abmahnungen reagieren würde, würde das häufiger zu Shitstorms führen und genau das Gegenteil darf zu auslösen, was man eigentlich bewirken will, nämlich, dass ein Inhalt besser und prominenter wird. Außerdem ist es so, treue Fans von Rosins Restaurant, die mögen ja auch die Reactions, die gucken sich nicht nur die Originalfolge an, sondern auch noch die Reactions, weil die so verbreitet sind, gehen die auch davon aus, dass sie legal sind. Rechte Inhaber könnten vorgehen, müssen dann aber mit negativen Kommentaren rechnen. Also, Tipp an alle Content Creator, wer sich unsicher ist, ob er fremden Content verwenden darf, sollte besser mal beim Urheber nachfragen, das ist das Beste, dann habt ihr eine Einwilligung, könnt ihr dann auf alle Fälle machen. Ich möchte von euch wissen, wie steht ihr zu Reaction Streams, findet ihr auch? Manchmal setzt man sich einfach nur volle Pulle. Abschließend noch ganz kurz der Aufruf, wenn ihr noch einen Job sucht. Wir suchen hier Werksstudent, Claude und Abo, ihr beiden Mini-Studenten. Da, melden. WMD. Weiblich-Männlich-Dienerei. Das D steht, jetzt mal Real Talk, wofür steht das D? Ich weiß wofür. Weiblich-Männlich-DU-WEIS. Das D steht für DU WEISST. So. So. DU WEISST. Das D steht für DAJUS. Wenn weiblich-Männlich DAKÄNST. Ne, divers natürlich. Also Claude, diverse, melden. Dann kannst du auch mal beim richtigen Anwalt arbeiten. Und nicht Jani, Jani nicht, aber so Anwalt Jani, der steht über dir. So. Augendienerei fertig. Danke, Dr. Solmecke, Dr. Professor an, äh, reaktionärer, reaktionärer. Ey, ey, sind Reaction-Streamer reaktionär? Pfüff, püff, püff, anders ausgedribbelt hier. Ähm, ja, und Schau da dann nochmal an Jan und Olli. Ja, ich werde auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall eure Kritik mir zu Herzen nehmen und noch mehr über Busnitz reden. Ihr habt recht, das ist zu kurz gekommen in letzter Zeit. Das stimmt. So. Da weißt. Goethe, in 城 ist